Die Klosteranlage und die Kirche in Aldersbach sind ein seltenes Schmuckstück der Bau- und Kunstgeschichte. Lange Zeit verfiel das Kloster und wurde erst in den letzten Jahrzehnten wiedererweckt und Zug um Zug renoviert. Nun steht die Erhaltung des Bibliothekssaales an. Sie birgt ein wertvolles Deckengemälde, das dringend der Überarbeitung bedarf. Das Deckenfresko wurde von dem Beutelsbacher Matthäus Günther, einem der wichtigsten Schüler der Gebrüder Asam, geschaffen. Er hat von den Gebrüdern Asam gelernt zu zeichnen und von Matthäus Günther sind aber leider nur noch sehr wenige Deckengemälde oder Gemälde überhaupt vollständig erhalten. Und dazu zählen eben in Aldersbach der Bibliothekssaal und auch das Deckengemälde in der Portenkapelle. Und das macht natürlich den Ort für den Künstler Matthäus Günther sehr interessant. Die Erhaltung des Deckenfreskurs steht außer Frage. Doch die Renovierung kostet viel Geld. Dazu gibt es Zuschüsse, aber nicht für alles. So hat sich der Rotary Club Passa entschlossen, den Aldersbacher Förderverein zu unterstützen. Das zusammen mit allen niederbayerischen Rotary Clubs. Zum einen wollte ich mehrere Clubs aus Niederbayern vereinen, um einen größeren kulturellen Event zu machen. Und zum anderen wollte ich im Auftrag von Rotary als Sozialklub mir ein Projekt suchen, das wir unterstützen können. Die Wahl fiel auf den Bibliothekssaal in Aldersbach. Ein Konzert in der Klosterkirche wurde überaus erfolgreich dafür durchgeführt. Das Besondere daran, die Künstler kamen allesamt aus den Reihen der Mitglieder der niederbayerischen Rotary Clubs. So dass wir keine Künstlergagen ausgeben mussten und alle Nebenkosten, die noch angefallen sind, sind im Prinzip auch von Sponsoren übernommen worden. So dass wir dann zum Schluss durch diese 400 Teilnehmer einen Betrag von 10.000 Euro, 10.575 Euro zusammenbringen konnten. Dieser stolze Erlös wurde nun an den Aldersbacher Förderverein übergeben. Sein Ziel ist es, das wertvolle Deckengemälde, das Allegorien der Wissenschaft, die den Thron der Dreifaltigkeit umgeben, darstellt, bis zur Eröffnung der Landesausstellung fertigzustellen. So dass wir die Künstler in der 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 Künst